Stell dir einfach mal eine neue Situation vor. Du hast jetzt zehn Leute, davon nerven mich zwei, und du weißt aber, du hast jede Woche eine Person, die sich bei dir vorstellt, die gut ist, wo du sagst, okay, mit der könntest du dir gerne vorstellen zu arbeiten, wenn das auch von der passt. Und wenn da alle drei, vier Wochen eine dabei sein wirklich passt, könntest jeden Monat eine qualifizierte Person einstellen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute geht es wieder um ein sehr, sehr interessantes Thema und ich sitze hier wieder mit dem Alex. Heute geht es nämlich darum, wie schaffst du es, ein Stück weit die Angst abzulegen, auch mal härtere Ansagen deinen Mitarbeitern gegenüber zu machen. Und darüber spreche ich heute mit Alex. Denn wir haben ja viele Partnerbetriebe bei uns, die uns auch dann teilweise Fragen stellen zu ihren Abläufen in ihren Betrieben und die wir auch betreuen in unserem begleitenden Programm. Und da kommt häufig das Thema auf, hey Alex, hey Marvin, ich habe hier eine Situation in meinem Betrieb, da bin ich nicht ganz zufrieden damit, aber ich traue mich auch nicht irgendwie so richtig das Ganze anzusprechen, weil ich irgendwie dann das Gefühl habe, jemanden auf den Schlips zu treten. Das ist noch sehr harmlos formuliert von dir. Also es ist tatsächlich so, dass die Leute wirklich Angst haben. Die haben Angst, eine Ansage zu machen. Die haben keinen Spaß im Unternehmer sein, weil die einfach sagen, ey, ganz ehrlich, die Leute tanzen mir auf der Nase rum. Und wenn ich mal eine Ansage mache, dann sind die alle weg. Dann muss ich die Arbeit selber machen. Das funktioniert auch nicht. Und das nimmt ihnen wirklich jeden Spaß am Unternehmertum. Es geht sogar noch weiter. Ich hatte letztens ein Gespräch, da waren wir beide in Garmisch-Partenkirchen auf einem Event von einem großen Möbelverbund. Da waren einige Möbelhausinhaber sozusagen vor Ort. Die teilweise 70, 80, 90 Mitarbeiter hatten. Genau. Und die meinten halt zu mir dann beim Mittagessen, ja, du Marvin, also bei mir ist es tatsächlich so, ich habe Leute bei mir im Betrieb, die würde ich gar nicht mehr länger beschäftigen wollen. Nein, aber ich kann einfach gar nichts anderes machen, weil die gehen, also die machen Sachen, die gefallen mir nicht, aber ich mache keine Ansagen und ich korrigiere das auch nicht, weil ich halt einfach Angst habe, dass die dann gehen. Und dementsprechend sind die fast schon, also es ist nicht nur so, dass sie ihren Betrieb nicht mehr mögen, sondern es ist sogar so, dass sie von ihrem Betrieb sozusagen in Geiselhaft genommen wurden. Ja, also das ist, ich meine, 70 mal ein Möbelhaus, da kannst du doch nicht einfach sagen, du bist raus, aber es gibt ganz viele Leute, die kleinere Betriebe sind, die drei, vier, fünf Leute haben, die sagen, ey, die sind mit so einer Nase rumgetanzt, die haben gemacht, was sie wollten und letzten Endes, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache das alleine mit noch einem Kollegen, der halt wirklich loyal ist so und das war es und da habe ich keinen Bock mehr und das ist halt krass, weil das kostet wieder das Handwerk-Image, das kostet das Handwerk-Ansehen, das sind wieder Handwerksbetriebe, die zumachen quasi, wo die Leute dann vielleicht in die Industrie gehen oder so und das müssen sich einfach mal klar machen und der ganze Ursprung ist eigentlich nicht, dass sie sagen, hey, ich habe da Angst, dass mir die Leute weglaufen, sondern dass sie keine finden, weil ich hätte keine Angst, dass Leute weglaufen, ich habe ja keine Angst, dass Leute weggehen, weil ich weiß halt, ich kann mit neuen Bewerbungen neue Leute generieren und das ist halt so ein Ding, das fehlt den Leuten einfach und du wirst diese Angst niemals, also ich kann jetzt nicht sagen, hey, du musst da keine Angst vorhaben oder so, du wirst die niemals selber überwinden können, wenn du nicht eine Quelle hast, wo du sicher weißt, da bekomme ich in der Woche eins, zwei, drei valide Bewerber, da ist im Monat auch mal einer dabei, der passt und ich wirklich sage, mit denen arbeite ich weiter und dann merken deine Leute vor Ort plötzlich selber, hey, warte mal, hier kommen neue Leute dazu, ich kann jetzt nicht mehr machen, was ich will Also wir könnten dir jetzt hier auch, sage ich mal, eine Anleitung geben, wie du irgendwelche Mitarbeitergespräche führst oder wie du irgendwelche Ansagen machst, aber darum geht es im Kern gar nicht, weil das ist letztendlich nicht das Problem, darum ging es auch bei den Leuten nicht, die uns angesprochen haben, sondern wie du eben schon gesagt hast, es geht eben um diese Grundangst oder um das grundsätzliche Problem, also das Wurzel allen Übels ist sozusagen, die Wurzel, ja sorry, die Wurzel allen Übels ist, dass du einfach wahrscheinlich nicht in der Lage bist, neue Fachkräfte zu gewinnen, die dann diese Stellen besetzen könnten, wenn du jemanden auf den Schlips getreten hast. Ich stelle dir einfach mal vielleicht mal eine Situation vor, du hast jetzt zehn Leute, davon nerven mich zwei und du weißt aber, du hast jede Woche eine Person, die sich bei dir vorstellt, die gut ist, wo du sagst, okay, mit der könntest du dir gerne vorstellen zu arbeiten, wenn das auch von der passt und wenn da alle drei, vier Wochen eine dabei ist, dann wirklich passt, könntest jeden Monat eine qualifizierte Person einstellen, würdest du den immer noch auf die Nase rumpflanzen lassen, würdest du dann immer noch Angst davor haben, Ansagen zu machen? Wahrscheinlich nicht mehr und das ist halt genau der Punkt, du musst es schaffen, wieder an qualifizierte Leute ranzukommen. Wenn du das schaffst, dann bist du nicht mehr erpressbar, dann verlierst du nicht mehr den Spaß am Unternehmer sein, dann kannst du den Unternehmen wirklich so führen, wie du möchtest und das gesamte Handwerk gewinnt auch wieder einen besseren Ruf. Das ist wirklich ein großes Problem, dass kleine Betriebe, drei, vier Mann Betriebe sagen, ich will nicht mehr oder fünf, sechs Mann Betriebe, komplett auf zwei Leute oder eine Person runterschrumpfen, das alleine weitermachen, weil sie einfach die Leute nicht führen können, weil sie sie nicht mehr im Griff haben. Das Problem ist ja auch, dass dein ganzen Betrieb immer und immer mehr runterzieht, weil die anderen Mitarbeiter, die merken ja auch das Fehlverhalten dieser anderen Personen und die wissen vielleicht auch, dass dich das ankotzt und die sehen aber auch, also die schauen dir zu, wie du nichts dagegen unternimmst und das ist natürlich fatal, weil dann wird das Ganze ja immer schlimmer, wenn die anderen Mitarbeiter denken, naja, der macht das zwar so und das nervt den Chef auch, aber der Chef macht nichts dagegen, das zieht dann natürlich die gesamte Stimmung runter und das wird auch die Leistung deiner gesamten Mitarbeiter, deines gesamten Teams immer und immer weiter runterziehen, weil alle denken, naja, dann kann ich mir ja auch sowas erlauben oder wenn dem das durchgeht, dann kann ich mir noch mal was anderes erlauben und einfach dieses Ganze, diese ganze Einstellung dem Unternehmen gegenüber wird zunehmend schlechter, wenn Mitarbeiter sehen, dass du etwas duldest, was dir selber nicht gefällt und das ist natürlich extrem, extrem fatal und teufelskreis am Ende. Genau und das kannst du halt nicht weiterhin so mitmachen und dementsprechend musst du halt zusehen, wie du halt in diese, ja, schon fast so in diese Fülle reinkommst, dass du es schaffst, wie Alex eben gesagt hat, dass du mal jede Woche mal mindestens einen guten Bewerber bekommst. Ja, jetzt fragst du dich natürlich, ja gut, das ist ja schön, was die Jungs sagen, mag ja auch richtig sein, wie komme ich jetzt an die Leute ran, gibt es verschiedene Möglichkeiten, also wir präferieren natürlich, ich sag mal, den Online-Weg logischerweise, das machen wir für uns selber, haben wir auch tatsächlich für uns selber ausgewertet in der Region und das ist einfach mit Abstand, mit wirklich viel Abstand der effektivste Weg, wenn man weiß, was man tut, wenn man nicht weiß, was man tut, dann ist es auch der Weg, der gar nichts bringt, logischerweise. Wenn du dann Interesse hast, dich mal beraten zu lassen, dass wir da einfach mal in die Hand geben, wie kann man auch in deiner Region, auch wenn du es für unmöglich hältst, auch wenn kein anderer in der Region Leute hat, wie kann man trotzdem Leute finden, weil es machen ja immer wieder Betriebe, unsere Partnerbetriebe vor, dass man trotzdem Leute finden kann, dann melde dich gerne mal bei uns, dann trag dich gerne mal ein und wir gucken mal gemeinsam, was kann man tun, was für Leute kann man finden, wie viel Potenzial gibt es überhaupt in deiner Region, deswegen fangen wir mit einer Potenzialanalyse an, so schauen, können wir dir überhaupt helfen, ist meist tatsächlich der Fall, dass wir das können und dann wird man sehen, wie du an Leute rankommst und du kommst aus dieser ganzen Erpressbarkeit raus und kommst daraus, Angst zu haben, wirklich mal eine Ansage zu machen. Ja, wie gesagt, wir haben mittlerweile über 600 Fachfirmen dabei unterstützt, eben Personal zu finden und auch im Bereich Aufträge noch ein Stück weit weiter zu kommen, lukrativere Aufträge zu schreiben oder eben die Aufträge, die sich auch richtig lohnen und ja, wenn das für dich interessant ist, dann melde dich gerne bei uns, ja, wir können dir da mit Sicherheit weiterhelfen, auch wenn du jetzt gerade noch glaubst, dass es in deiner Region keine Fachkräfte mehr gibt, wir haben Möglichkeiten, da für dich trotzdem erfolgreich zu sein, melde dich gerne bei uns, ja, unter diesem Video findest du natürlich wie immer den Link zu unserer Webseite www.am-beratung.de Dort kannst du dich eintragen zu einer kostenlosen Potenzialanalyse und da schauen wir dann, was eben in deiner Region tatsächlich möglich ist. Wenn dir das Video gefallen hat oder wenn du sagst, ey, das hat genau meine Problematik beschrieben, dann gib dem Ganzen gerne auch einen Daumen hoch und klick mal auch gerne auf die Glocke, dann verpasst du keins mehr dieser interessanten Videos hier auf dem Kanal und ja, lass uns gerne auch ein Abo da, wenn das Ganze für dich relevant ist. Wir freuen uns auf jeden Fall bis auf das nächste Video und vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis dann, ciao. 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 Ciao.